Moin Moin Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Amnesia Destiny Rebellion. Wieder mit ihr. Muss ich mal ganz toll vorstellen, weil ich super glücklich bin. Ich auch. So, wir sind das jetzt mal hier stehen geblieben und ich gehe in irgendeinen Raum. Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in diese komische Kirche, ich habe jetzt beinahe gesagt. Sieht ein bisschen so aus vom Bauch her. Ja doch. Und die ist einfach riesig. Guck dir das mal an. Wer wohnt hier? Kirchen ansonsten sind auch riesig. Das ist in Wirklichkeit eine Kirche. Ich hasse keine Ahnung. Margret, das ist doch dein Fleisch. Margret, dein Essen schmeckt scheiße. Es ist super, wie man Amnesia einfach alles wegwerfen kann. Traumhaft. Haben wir nicht sogar so einen Schlüssel dafür? Steve hatte immer so einen Stuhl, den er mit sich geführt hat bei Amnesia und dann hat er Herbert getaubt. Ich habe auch mal ganz viele Sachen mitgenommen, die immer deutsche Namen gibt. Irgendwie Hugo, Herbert, Renate. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hinlaufen. Es sind Dinge, die nicht immer passieren müssen. Es sind Dinge, die passieren können. Es sind keine Dinge, die passieren müssen, als ob es andere Möglichkeiten gibt. Diese Geschichte hat so tiefgründig getextet. Oh, guck mal, das ist Lazar. Unser cooler Dude. Und wer ist das? Das bestimmt, was sind diese Puppets? Das sind bestimmt diese Marionetten von dem Spiel. Genau wie ich dachte. Das ist nicht gut. Wir werden jetzt gleich sterben. Yay! Yay! Diese sind der Aristocat, der Harlequin, und der Marionettenspieler. Der überhaupt nicht passt. Was bedeutet das? Oh, das ist wirklich unglaublich. Ja. Diese waren nur Puppets, all die Zeit. Eine Superiore, und Tinty, die immer die Stränge, all die Zeit. Also es gibt... Wer über den Marionetten spielt? Das ist ja komisch. The one who knows everything, sees everything, and controls everything. One Mastermind. Und das bin ich. Was tun wir? Für Gummischuhe. Ich weiß nicht, aber es sieht aus, wie unser Host schon weiß. Er wollte uns treffen, damit wir ihn besitzen, und ihn fragen, was er will. Sex. 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 Der Aristokrat. Der Marionettenspieler. Das sah aus, wie der Scheidemann von... Stimmt! Aaaaah. Komm her. Mein Leben. Hat keinen Sinn mehr. Guck mal, hier gibt's sogar... Let's use this Elevator. Ja, und was mit Lazar? Der bleibt doch stehen. Warum kommt er nicht mit? Hey. Oh, Schatz. Hallo, kannst du bitte nicht meinen besten Freund so nieder machen? Nur... Der Charakter zählt. Nicht das alles, aber... Yay, Fahrstuhl! Hey, Lazar. I guess, I should tell you something. Jetzt kommt. Ich liebe dich hierher. Was machen wir jetzt? I have really bad feelings, when using the Elevators. Wow. Der bleibt bestimmt gleich stehen, wenn er so was sagt. Why didn't you tell me sooner? No, it started. The walls are getting clots. Ah, claustrophobie! Yay! No, Lazar! Ja, Lazar ist weg! Nö! Ich mach den auch so. Der kommt nicht weg, oder? Ich weiß nicht, Just wait. Nö. You are now in state of claustrophobia. Cool. Hard is not optional, but you have a possibility to skip if you don't like this kind of levels or you are in a hurry. Ach so. Das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich so... Keine Ahnung. Skipping this will cost you some health, sanity and oil. Nö, wir werden es nicht skippen. Okay. Das wird jetzt gleich bestimmt total krank. Ich freue mich drauf. Yay! Ich mich auch. Du wirst weinen, und ich will weinen. Alles dank. Ganz schlimm. Gottes Willen. Das ist noch schlimmer. Das ist noch schlimmer. Oh Gott. Das Ort ist dein innerer Welt. Deine Sanität hat durch die Claustrophobie Du musst deine Sanität retten. Ah, unser Verstand ist gerade flöten und wir müssen das jetzt wieder zurückholen. Deine Sanität ist weniger als 5 Personen. Du kannst gar nicht mehr gehen. Restore deine Sanität indem du fünf korruptede Mantelblöcke zu wo sie befinden. Okay. Mantelblöcke sind doch bestimmt dann die Teile. Mhm. Das muss da jetzt bestimmt in die Wand. Der war, glaube ich, ein Loch auf der anderen Seite. Ja, da ist ein Loch. Ah. So. Ja, ich verstehe auf jeden Fall, wenn er sagt, dass man das skippen kann, wenn man keine Zeit hat. Movement speed increased. Jumping enabled. Continue. Okay. Weil man hier echt schon... Ach. Das ist ein bisschen langwierig. Wo muss der jetzt hin, genau? Ignore die Balls. Du solltest fokussieren auf die Cubes. Okay. Soll die Bälle ignorieren. Gut. Wo muss der jetzt rein? Das ist die Frage. Ich weiß nicht. Stimmt irgendwo dahinten. Oder ist hier schon irgendwo drin? Oh Gott! Oh Gott! Ich habe es gerade schon erschrocken. In this world, Insanity is real and dangerous. Ja, geil! Schön! Freut mich! Super! Ich erschrocken das. Oh, das fand ich lieb. Haha, ich habe mir nie erschrocken. So, du! Wow. Climb the edge and continue. Mein Herz. Mein armes Herz. Siehst du mal, was ich hier tagtäglich durchmache? Die Bälle soll ich ja ignorieren, ne? Ich wette, ich brauche den gleich trotzdem noch. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein, wenn du mich jetzt... Nein, wenn du mich jetzt nicht... Oh Gott! Oh Gott! Einen brauchen wir nur noch. Ne, zwei noch. Now you can move more freely in this world. You are no longer a prisoner. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr so wirklich nach linear mäßig, sondern wir können jetzt... Oh Gott! Oh Gott! Gucci, Gucci! Oh Gott! Hilfe! Mein Gucci, Gucci! Oh Gott, was ist hier los? Oh! Safe game. Das macht gern. Und Checkpoint nehme ich auch mit. Danke. So, jetzt bauen wir noch einen. No, go and restore the final block. Regain your consciousness. Hundertprozentig. And return to the real world. Oder das ist einfach voll das krasse Gebilde. Ich werde dich voll runter, ich Kind. Ich werde, wenn du auf das grüne Zahl kommst, stirbst. Hm. Hundertprozentig. Okay, diese kleineren Blöcke, das Blöcke, das sind Lighthorn. Okay. Das ist irgendwie aber auch verdammt cool gemacht. Hm. Das ist echt so cool gemacht. Oh, gut. Nee Niß. Nein Niß, nein Niß. Nö Nisse, nein. Da hinten ist die Tür grad verschwunden. Der Mund! Die anderen hätten in der Leck mich los. Groß Ding. Der Fall runter, du Sau. Ich bezweifle, dass es stirbt. Das ist tatsächlich auch, leider. Kommt da gleich bestimmt schon wieder. Kommt nicht mehr. Es darf nicht mehr kommen, прямо. ist gerade dieses teil verschwunden und ich weiß nicht wann ich springen muss und wann nicht hier kommt jetzt auch 100 prozent noch mal so ein viel oder irgendwas ich hab mir voller Kurven klaustrophobie aus series 4 das abnormal and uncontrollable fear of being in a small Mein Papa. So, ein Kapitel haben wir noch vor uns. Cool, dann können wir jetzt das Finale aufnehmen. Finale mit meiner Freundin. Ja, das kann ich wieder ganz dick in den Titel schreiben. Ist das auf dem Kopf, oder? Das steht auf dem Kopf. Ja, ach so. Backfisch. Warte, das kann ich anfangen. Nee, das kann ich anfangen. Ich waffle dich mit einem Sofa. Ich würde ja gerne das Schwert nehmen, aber das kann ich nicht näher. Oh Gott. Was haben wir hier? Power Orb. Okay. Du bist keine Gefahr für mich. Oh! Okay. Cool. Wir können jetzt Leute töten. Ein Odd Orb. Es sagt, dass derjenige, der diesen Orb hält, kann seinen eigenen Besten. Ach, wir könnten unser Schicksal-Lamper jetzt beeinflussen. Cool. Ha. Ich mag das nicht. Die einzige Verbindung zwischen dem Vergangenen und dem Zukunft ist die Präsent. Alles ist verbunden. Während planen dein Zukunft und erinnern dein Vergangenen, nicht vergessen, dass du in der Präsent. Ach echt. Ich dachte, ich lebe der Vergangenheit. Das ist so ein Screenshot und auf Tumblr's Show. Du bist hier, nur in der Zeit. Daytime ist so ein schöner Film. Wow. Ausrufezeichen. Wer bist du und was willst du? Er ist da ganz klar. Wer bin ich? Ich bin der ultime Master von Zeit und Raum. Alpha und Omega. Oh Gott. Call me as you please. Ich nenne dich Arschloch. Wie doof. Ich meine dein Name. Ich meine dein Name. Hast du ein Name? Wer sind Sie? Last time I have introduced myself as an evil spirit. It was seven years ago, when I approached the Iverson brothers. We are always the Iverson brothers. We are always the Iverson brothers. We could do something very good. We could do something. We could. Both of them were talented, but none of them was good enough for me. So I have just let them go. Okay. You are evil spirit. I don't understand. The brothers were not good enough for what? It's cold. Aber du musst jetzt die Euersepulte auch nicht kommen. To become a successor, of course. I control the universe for millenniums. I need rest. Oh, das war ein bisschen alt. So I started to search for being intelligent enough to become a replacement. And the only possible solution are... It's cold. Dum dum dum. You. Dum dum dum. What? That doesn't make any sense. I have created the time machine to bring back my... Yes, I know, I know, I know. Listen. Ach, jetzt gibt der uns bestimmt ein Pakt. There is no way to save your wife. If she did not die, you would never try so hard studying. You would never build a time machine and you would never become the successor that I need. You. You killed Christine and manipulated everything so I could become your successor. Wow, this is gross. It doesn't plot twist. There is no life form with free will. Everything is controlled from here. You are here, so do you have... You... But you have choice now. Choose your destiny. Join me or fight for your pointless rebellion to find out you cannot change anything. Fight. Not to fight. That is the question. Was nehme ich? Fight. You are stubborn as always. Alright, let's do this. I'm going to destroy you. Stimmt. Destroy. I'm going to destroy you. I'm going to destroy you. Ich verzweifle, was so einfach aussieht. Ich nehme mir jetzt einfach dieses Schwert und hacke das an seine Brust. Ich nehme mir jetzt einfach dieses Schwert und hacke das in seine Brust. Ich nehme mich dann ein bisschen an Lorde-Martin-Tö-Licht. Dödem, 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 dödem! Was. Was sind das für Teile? Ich werde tick. Das sind auch hier ist auf jeden Fall ein Monster. Oh nein! Ich muss hier irgendetwas mit dem Board machen. No object to use this item. Kann ich da durchlaufen? Nein, da soll ich nicht durchlaufen, das tut weh. Ich glaub, den muss ich töten. Yes. Pointless. Soon or later you will succumb. Keine Ahnung, was das da ist. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer zwei. Richtig. Damn you, you already gave off videosègues you two. Die scheiße. Oh, jetzt geht's. 60 s. Neee, steht drauf. Jaa. Nee, das sind 60 f. Du hast eine sehr dumme Freund. Nein. Du bist� ró momentan. Du wirst nicht wissen, was würde sich passieren würden, wenn du zu erreichtes ... Stimmt, wenn wir ihn jetzt umbringen, ist ja eigentlich das ... Raum-Zeit-Continuum kaputt Es ist einfach, wenn du das Vergangen hast, dein presentiertes Selbst wird einfach disappear Das macht Sinn Dann wären wir nicht hier, wenn das alles anders wäre Du wirst nicht sterben, aber nur dein pastiertes Selbst ohne präzise Wissen bleiben Es wäre wie, dass nichts passiert in den letzten 7 Jahren Du wirst alle deine Erinnerungen verlieren Es fühlt sich wie Amnesia, willst du das? Ich weiß nicht, ich denke Es fühlt sich wie Amnesia I don't care anymore Wo? Wo? Hi Licht, dicht, 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 bist du mal super Warum finde ich das irgendwie so überhaupt nicht gut? Naja, das ist auch nicht gut, aber das ist ein Schwert für ganz vorteilig Ja, schön, das ist ein Schwert, wow Uh, da ist er, da ist er, da ist er Komm her, du Sack Das ist der Emil Bist du das? Ich muss wahrscheinlich jetzt den echten auf den Tod Ja, eine schon Nein, mein Schmerz soll nicht weit rutschen, ich will das mal halten Oh Gott Okay Penis Da stechen die ihn jetzt rein Ich gehe nicht Stirb Bitte komm nicht runter mit deinem Genis Wow Okay, okay Ja, das Raumzeit von denen geht gerade kaputt Und das ist wahrscheinlich das Portal und zurück in unsere Welt Keine Ahnung, irgendwo zurück zu gelangen Wo waren die, was passiert? Hilfe Wir sind gestorben Wir sind gestorben Warte, wir müssen doch da durch oder nicht Ach, da darf man nicht durchfallen Ah, das schwarze, da fällt man durch Ich bin ein Genis Ich bin dumm und hätte uns nicht gewusst Vielleicht gedacht, dass wir das hier wieder umbauen So, jetzt haben wir das Uberschwert Nein, du kannst nicht das Herz Ach, das ist dein Herz? Ja, jetzt wird's witzig Du zerstörst das Herz Dein Kampf ist jetzt nicht vulnerabel Die letzte Battle erwartet dich Jetzt geht's ab Star Wars Teil 3 Es ist Zeit, um die Battle zu Ende Nein, was hast du getan? Schau was du hast Das sieht süß aus Heavy attack, light attack hier Ach, das ist jetzt so RPG-Maker-mäßig, oder was? Du warst supposed to take the control over this power and not to destroy it You will suffer for this Heavy attack? Heavy attack? Heavy attack Jetzt mal voll drauf hämmer So, wie geht's dir hinter dem Projekt Aber auch nicht schon, wenn ich es spielen Und wir töten nicht Nein Was? Woah Hey, bist du okay? Warte auf! Ich kann auf dem hinzuhüpfen, aber nicht laufen. Aber dann lebt Lazar eigentlich gar nicht, das ist voll traurig, dann nehmen wir die Abschied. Oder Lazar übernimmt das. Aber warum? Nach allem muss ich das tun? Kannst du das tun? Nicht du, du wirst zurück in 92 und verändern deinen Pass. Keine Angst, ich werde das System behandeln. Du? Aber wie? Du wirst nicht möglicherweise verstehen die Prinzipien von diesem. Sie hat sich gefreut. Ich bin. Wenn du gedacht hast, ich hatte genug Zeit, um das Manual zu lesen. Jetzt geh, ich habe die Portion für dich öffnet. Wow, die Anleitung gelesen. Aber was wird dir passieren? Du wolltest Menschen treffen, oder? Ich habe gelesen, ich habe dich kennengelernt. Jetzt geh, keine Angst. Wenn du zurückkriegst, wird alles okay. Wenn du deine Frau aus dem Gefahr erwähnst, dann wirst du einfach alles vergessen, was nach dem Moment passiert. Der süße kleine Lazar. Gut, danke für deine Hilfe. Ja, süß. Der ist voll süß. Der ist voll süß. Schau dir den mal an. Gut, 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 gut. Yay. Und jetzt reisen wir wirklich in das zurück, wo wir die ganze Zeit hinwohlt, zu unserer verstorben Frau. Alles hat ein Beginn, alles hat ein Ende. Es gibt nichts, was über diesen Fakt zu diskutieren. Das macht irgendwo Sinn. Ich finde die Zeichnung immer voll cool. Erlomenati. 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 Ari Porta. Ahri Porta. Big Bang Theory. Big Bang Theory. Und Harry Potter. Und ein C für... Christoph. Christoph. Christoph, wenn du jetzt gerade zuschaust, das ist für dich. Ich kenne keinen Christoph, ich kenne keinen Christoph. So, sind wir jetzt wieder zurück. Well done, the game is almost finished. Now is the time to check bonus items and archivments in your diary, if you want to. You can also visit the Balkaner house for references. Du finnest das Story, enter Ralphs, irgendwas mit Ralphs Haus, glaube ich, oder? Mhm. Ja, man könnte jetzt hier noch ganz viele Bonus-Sachen machen, aber... Ich möchte euch jetzt natürlich das Ende zeigen. Savgein. Die Frage ist nur, wo war die... Wo war Ralphs Haus? Das ist nicht Ralphs Haus, oder? Ralphs und Christines Haus. Oh, dann sind wir jetzt zum ersten Mal unsere Ehefrau. Für die wir das alles hier getan haben. Ralph, ist das du? Was ist passiert? Du siehst anders. Ja, vielleicht ist er jetzt schon besser. Oh, Christine. Ich würde dir so viele Dinge erzählen, aber ich brauche nur, dass du mir etwas sagen möchtest. Jetzt kommt's. Pfff, nicht sterben. Jetzt kommt's. Ich werde versuchen. Es sieht, wie es etwas sehr wichtiges ist. Für alles, was dir heilig ist, trust mir und versuch mir, dass du morgen nach Hause bleiben kannst. Du kannst nicht mit dem Trenn gehen. Ich versuche dir, dass etwas Schlimmes passieren wird. Ja, aber ihr ist in diesem Zugunglück gestorben. Deswegen können wir ihr das jetzt vorher sagen. Oh, wenn die wüsste. Was die alles durchgemacht haben. Please, just trust me. The only thing that matters now is your safety. I just need your promise. Okie dokie. Wait, what is happening? Ach, das ist jetzt die... I see, I am fading away. That means my mission was successful. The future has changed for you and my past self. Ach sein... Stimmt, wir gehen jetzt ja quasi so weg und kommen dann als sein... ...was auch immer wieder. The future has changed, everything for me. Thank you so much. So much. So much. Congratulations, you reached the good ending. After that event the Cypher family lived and happy life. Everything was as if nothing happened. Ralph did not remember anything about Time Machine, Lazar or anything else. Lazar the monster became the new master of time for eternity. The end. Best. Ever. And it came from Umbakarna. Yeah. Chakalaka. Chakalaka. Das ist wieder so diese komische Stadt, oder? Yeah. Ich zeh mich. That includes Maps, Scripts, Stories, some Voices, Textures and Drawings. Some Entities. Das stimmt ja, der alle selber macht. Some Monstern. Hello. Hello. Other Entities may buy. Donnprotz. Donnprotz. Protz. Hermooo. Wo hat man die denn gesehen? Die hab ich nie gesehen. Ich glaub hier irgendwas falsch gemacht. Park Bench, Forest, Free Torch, Setup, Wallstones. Cool. Penumbra Entities by Frictional Games. Penumbra Doors by Skybone Play. Flashlight and Batteries by Tonsche Heidel. Ach, das kommt von Amnesia Machine for Pigs. Stimmt, da war das. Da kommt noch die Maske her und das Hippo. Oh. I'm modified by a friend who wished to be. Thanks for Recto. Wie ich denn deine Ecke lehnt? Der schläft eine Runde. Oh, guck mal wie klein er ist! Oh! Jetzt ist er klein. Ja. Cool. Hall Music Custom Soundtrack by Incombrech. Das heißt, ich darf die ganze Musik sogar verwenden, weil die ist for free. Yay. Horrible. Special thanks for Luftwirk von Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart. Okay. Okay. Cool. Oh, und das ist das Voice Acting. Obwohl man fast nie Stimmen gehört hat. Das wird man. Trotzdem cool. Das war eine coole Katzen-Story. Ich weiß nicht was das war. Ich weiß nicht was das war. Ich fand die Custom Story auf jeden Fall sehr cool. Du hast jetzt nur das Ende mitgefickt, aber das war cool. Dramatisch. Dramatisch. Na. Das ist der Ende. Jetzt kannst du die Custom Story accessieren. Ich hoffe, du magst die Cinematische Kredite. Ja, das war cool. Wie gesagt. Ich hoffe, euch hat es aufgefallen. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr noch eine andere Custom Story kennt, die ich mal spielen soll, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Das war auf jeden Fall das Good-Ending. Das Bad-Ending werde ich erst gar nicht spielen, weil ich will gar nicht wissen, was da für eine kranke Scheiß passiert. Ihr könnt euch das ja bei YouTube angucken. Es gibt mit Sicherheit irgendwelche Leute, die das freigespielt haben. Und das war's mit diesem Video. Und wenn es euch gefallen hat, das ist eine positive Befürchtung da. Ja. Und du hast mal wieder die letzten Worte. Du darfst jetzt zu 5 Millionen Menschen sprechen. Live. Du darfst noch was sagen. Hello Kitty Champagner. Haben wir heute eingekauft. Das ist unglaublich. Ich werde euch in dem nächsten Video sagen, ob das Teil schmeckt. Wir sehen uns. Bis dahin. Euer Brain. Tüüüü. Mit Ü. Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü